Eine weitere Vielzahl von Anrufern, ein Brand in einer Schule gemeldet. Also aufgrund der massiven Rauchentwicklung, die wir hier haben. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Wir befinden uns in Herne an der Edmund-Weber-Straße. Und die Erstalarmierung um 19.04 war die Meldung, es soll ein Gartenhaus brennen. Bereits während der Erstalarmierung und das Ausrücken der ersten Kräfte der Feuerwache 2 haben wir eine weitere Vielzahl von Anrufern, ein Brand in einer Schule gemeldet. Als die ersten Einsatzkräfte vor Ort eingetroffen sind, hat sich die Meldung einer brennenden Schule nicht bestätigt, sondern es brennt eine alte Umkleidekabine auf einem nicht mehr in sich in Betrieb befindlichen Sportplatz. Also aufgrund der massiven Rauchentwicklung, die wir hier haben, stand die Gefahr, dass es zu einer Geruchsentwicklung kommt und aufgrund dessen ist die Bahn-App Nina ausgelöst worden. Schon während der Anfahrt sind weitere Kräfte alarmiert worden, eben aufgrund des angeblichen Meldebildes dieser brennenden Schule, so dass wir von zwei Seiten angefahren sind, in der Anfangsphase dann direkt zwei Einsatzabschnitte gebildet haben und von zwei Seiten den Löschangriff gestartet haben. Also zurzeit laufen die Löschmaßnahmen noch, wir können das Gebäude nicht betreten, dieses ist einsturzgefährdet und muss umfangreich von außen gelöscht werden und da werden wir wohl noch einige Stunden hier vor Ort sein. Die Schwierigkeiten stellen sich so dar, dass man von zwei unterschiedlichen Straßen aus anfahren muss und teilweise durch unwegsamen Gelände wir uns Zutritt zu diesem Gebäude schaffen muss, um dann eben von zwei Seiten den Löschangriff durchführen zu können. Wir haben keine verletzten Personen. Wir sind zurzeit mit insgesamt 70 Einsatzkräften von Berufs- und Freiwilliger Feuerwehr vor Ort und weitere 30 Einsatzkräfte stellen den Grundschutz im Stadtgebiet sicher. Drei-Drei-Drei-Drei-Dreilie-Drei Hotel Me tão zu vielen Patienten, nur als Eins hips guiltavi- und SUN-Drei driving! Drei-Drei-Drei-D Bailey-Drei-Drei congressional diese Idee ist die Nachissimo derРЕº sind bis zum consumo des certified professionals. ya können sich kennenlernenими, unsere Orientierung im Innen 들어가 sind mit der Le� bragten oder sich collectors besch Cadern im Entowirillhar Bad Das war's für heute. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF für funk, 2017